Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Reinigung Nummer 1 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute mache ich die Reinigung im Haus. Alles soll sauber und ordentlich sein, wenn die Gäste kommen. Heute mache ich die Reinigung im Haus. Alles soll sauber und ordentlich sein, wenn die Gäste kommen. Heute mache ich die Reinigung im Haus. Alles soll sauber und ordentlich sein, wenn die Gäste kommen. Die Reinigung des Fahrzeugs ist wichtig, damit es glänzend und gepflegt aussieht. Die Reinigung des Fahrzeugs ist wichtig, damit es glänzend und gepflegt aussieht. Die Reinigung des Fahrzeugs ist wichtig, damit es glänzend und gepflegt aussieht. Nach dem Regen ist die Reinigung der Fenster notwendig, um den klaren Blick nach draußen zu genießen. Die Reinigung der Umwelt ist unser aller Verantwortung, um die Natur zu schützen. Vor dem Schlafengehen reinigen wir unseren Körper im Badezimmer. Vor dem Schlafengehen reinigen wir unseren Körper im Badezimmer. Ein Roboter kann die Bodenreinigung übernehmen und uns Zeit für andere Dinge geben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.